3 so hallo YouTube willkommen zu einem weiteren Video und zwar von uns beiden und zwar heute mal der euer Cymatrix und zwar ich habe heute auch noch natürlich im Kofferchen den Special Guest Dolpina wir spielen heute mal eine Runde Ankunft in dem Spiel Wolf Team ja möchtest du auch noch was irgendwie was sagen? Ja klar hallo meine lieben Freunde meine ganzen Abonnenten, meine Zuschauer, all diejenigen die auf meine Videos verirrt haben, eigentlich gar keine Ahnung haben wer hier gerade am sprechen ist ich bin Dolpina derjenige der immer wieder Bullshit in die Kamera labert obwohl die Kameras nicht wirklich real was einfach ein beschwertes Programm ist Oh mein Gott was ist das denn? ja das war der Tod warum hast du nichts verloren? warum hast du keine Punkte verkackt ich hab ganz auf dich drauf gebratzt sorry ich hab damit nicht gerechnet dass du vor mir kamst ich schieße eigentlich nur mit Waffen ich hasse ja Wolf aber wenn dann mal wirklich einer wo bist du jetzt schon wieder hin? verpiss dich da hinten nicht rein ey das regt uns manchmal auf da ist es okay Red Team ist jetzt gewinnt das war die Quittung für dieses schlechte Intro sooo ey lass dir mein Intro machen pff nein ich brauch kein Intro ich hab auch eins also machen wir dir auch ah scheiße ach scheiße komm 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 ich rede Kollegen der macht Intro für dich okay so Leute wenn ich schon ein Intro mache dann mach ich das auch selber es ist ein hochprofessionelles ich werde eventuell mal wieder so ich werde eventuell mal schauen ob ich wirklich da oh mein Gott ich würde die Waffe klauen ah aber will ich mal gucken und dass ich irgendwie auch mal andere Videos mache anstatt nur Let's Plays ich mach auch Tutorials dazu also nebenbei so ja Tutorials hatte ich auch mal vor aber ne ne andere Geschichte okay so Leute Farmers am Start so so muss es sein Mann auf jeden Fall meine Lieblingswaffe ohne die Hedgehammer die ist einfach nur pervers krank geil ah was war hä ein Schuss nur abgefeuert verdammt doch er hat auch keine Punkte mehr du Affe ja du Affe du Affe ich wollte eigentlich ein anderes sagen und dafür wenn oh mein Gott wenn da jetzt kleine Kinder zuschauen die einfach nichts besser zu tun hat als 5 Stunden am Tag Fahrmüll zu zocken und dann am Ende nichts zu speichern das ist mir dann auch egal daher wollte ich einfach AAAAAAAH einfach ein paar gewisse Wasser rauslassen wir wollen ja nicht wir wollen nicht dass meine Videos auf dem Index stehen oder aufgrund von oh mein Gott das ist im Grund von oh mein Gott das ist auch geil wow wow what the fuck ja tanze wo kommst du immer her Red Team ist jetzt gewinnen da 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 AAAAAAAA jetzt weißt du wer ich herkomme nach hinten gucken nach hinten gucken ja hab ich da bräuchte zwei Computer naja Augen hinten Augen vorne soll ich das sagen ich hab dich grad gesehen AAAAAAAA ok guck mir die Kugel AAAAAAAA oh von hinten schön Headshot von hinten Kopfschloss ooooh was für ein anmutendes Bild ja leider ne leider geil AAAAAAAA sein erster Headshot also wenn du das Video hier siehst du weißt was weißt nicht was für ein beschissener Headshot das gerade war das wirst du nicht glauben der war sowas von scheiße dir gegenüber ich fand ihn ja geil Wagen ist recht Wagen ist recht so AAAAAAAA ich verkack mit der Steuerung immer die Steuerung ist echt ein bisschen wie herkackt ja ich will mal runter AAAAAAAA wir haben schon auf der trifft nicht ja Sniper Montage ist von mir ey da könnte ich jetzt auch eine Sniper Montage draus machen ey naja ich weiß nicht ja stimmt das wäre ein bisschen unfair gegen dich nö wieso ich spiel solche Spiele kaum ja das Spiel ist auch wirklich man muss sagen es ist ein bisschen bekackt muss man sagen ach ja warum weil mir persönlich sind da zu viele Leute die dafür Geld ausgeben echt ja also meiner Meinung nach ja ich spiel lieber World of Tanks das ist irgendwie ausgeglichen R man kann das ja auch ohne Cash schaffen ah jetzt ist mir die Ammo aus boah wie das denn das ist ja gar keine Mauer der Klaas ist ne Mauer ah was hab ich denn jetzt hier gezogen Hilfe ha ich weiß ich ist die Schrottflinte besser ne ist sie nicht ne ist sie ist nicht besser ja und spiel mal dagegen gegen mich mit der Schrottflinte ne kein Interesse ich bin schon blöd aber AAAAAAAA ah schade Baby Wolf das ist gar nicht angestrengt Leute also denkt euch gar nicht ich habe keinerlei Skill oder wie er dazu sagt da ist er ah doch du hast schon Skill ne aber du benutzt ihn falsch oder beziehungsweise du benutzt ihn gar nicht genau weil wir haben ja schon früher mal gespielt und ja ah Gott es liegt vielleicht auch daran ah du Arsch strahlt die Wahl unter den Arsch gehängen ah bitte keine Kraftausdrücke hier dankeschön na gut der neue Orange ah du musst da ein bisschen sozial wirken bisschen sozial ja ein bisschen sozial hallo es gibt auch noch kleine Kinder die das gucken ja dein Zitat dein Zitat ja da ich finde das immer geil wie der sich aufregt ich reg mich jetzt gar nicht auf komm doch mal bitte um die Ecke so okay danke ne ich hab noch vier Magazine kann es ruhig nochmal zwei drei vier Mal kommen ach verfluchte nein wo bist du jetzt schon wieder hin weiß ich grad selbst nicht so genau ich erinnere dich nur an 3 2 1 deins nein nicht schon wieder oh schade gesprayt okay Leute jetzt werde ich ein bisschen fairer spielen für ihn bisschen fairer? komm leck mich doch alter ich werde probieren ich werde probieren nicht die ganze Zeit Headshot zu geben ja sagt der sagt der Messias unter den Progamern ja 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 hä? hä? Pferden es muss sein eine Runde Pistole Action ja Pistole WTF war das schon wieder? wir haben noch vier Minuten alter was ist da los? starr los ah Sniper so muss sein Leute Sniper das Original Wort somewhere ne komm hör auf die scheiße ja Scout Action das geilste wäre wenn ich von oben runter springen würde du wärst da und ich drück dir No Scope Headshot alter daraus würde ich so ein geiles ähm ähm so ne geile Montage machen soll ich dir was sagen? dreh dich mal in 3 2 1 um hehehe oh ich schweb mir in der Luft ich bin Gott gleich hehehe ey das war No Scope ne Headshot hier kriegst ne kleine Granate Red Team ist jetzt gewonnen wie ging der wie hast du durch den Quam gesehen? ich hab deinen Namen gesehen ich hab gescoped da rein und dann hab ich deinen Namen gesehen oder das kann man ich seh deinen Namen zum Beispiel nicht ich seh nur Rivale wenn ich drauf gucke geh mal weg alter nein geh mal ackern hehehe hallo ich bin Hobbyfotograf los ich schau mal einfach ab aah noah ganz seht ihr wie knapp das ist aah ja ja muss ne nix muss so 2 Minuten also danach machen wir auf jeden Fall noch dieses 2x2 Schwanz und was mit Schwanz? hehehe ich sag einfach irgendwelche Begriffe und ich hoffe ihr das irgendwie eine Wirkung hat Kopfschmerzen Apfel Banane Apfel Supermarkt Edeka hey ich hab ein Wort einfach Edeka Schwanzlutschen da wäre Hilmbär Brause also pfff muss ich darüber ein Piepton setzen nein aah alter Scheiße tja von ganz oben untergefallen das ist so wenn ich das noch mal noch bin tot Achtung danach danach gebe ich dir mal ein bisschen Tipps ja Tipps und Tricks betrachten sie jetzt wie einer gleich drauf geht nein ja 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 lach du nur äh ich lach nicht krass das ist diese äh äh das bestes war Halo äh die Lache mir ist gar nicht so aufgefallen dass ich da wirklich so gelacht hab ey von peinlich wow 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 ja wieder so ein Sch nein nein das glaubt ihr nicht oh schade ich hab gepistelt warum piste ich eigentlich die ganze Zeit ich soll mal ein bisschen ernst spielen ja echt ich mach mir voll den Scherz daraus Pistel-Sniper die ganze Zeit gegen dich ja das ist glaub ich auch dein Fehl okay warte das nützt mir eh das nützt mir eh nichts red team is now winning nein Alter ich hab neun dämen wie dieser verfickten Granate hehehe der hat deine Schuld du hast mit das Ding oh mein Gott nein ich hasse die Waffe ich hasse die Waffe die das im Magazin jetzt so schnell alle ihr 20.000 Rookie only ja ich kenne alle Namen fast auswendig und so nein ich hab das gern nicht gestorpt Gema sterben ja endlich hat das kein Schuss schön scheiß nein ich hab noch die Dreckspistole nein nein kann sich mal von oben runterspringen du stirbst auf die Munition und dann naaa jetzt die Granate ach nein haaa haa haa komm jetzt von Trapp mich jetzt mal mit lassen wir dem kleinen Kett die Freude am Leben soo nein was für ne scheiße ich bewege mich auch gar kein Stück 5 seconds left naa hey warum war das kein Headshots hey das ist uncool ich gebe mir keine Mühe mehr nöö nöö nö 18 Sekunden 18 Sekunden was war das what the wo bist du da und ich seh dich nicht Granate hat mich weggedrückt 10 Sekunden left egal am Montag wird schön gechillt aaa Baby Wolf ist so ein paar Halo folgende Plan alter jaaa pfff so das musste das sein ok so Leute das war unser erster Teil mal gucken ob wir nun zweites Match machen aber ich denke nein ok danke fürs zuschauen und au revoir